Wir wollen schon durch, wieviel SMGs warten sind und wieviel Pistolen. Erster deskollieren, Freilach davor, jetzt. LSPV, stehen bleiben! Nein, Karra da vorne machte jetzt ein einzelne Ding. Ich dachte, es ist so ein Haufen. Ja, das ist gut. Ich mach mal das. Genau, und dann kriegst du die Endkastell. Ja, das ist mein Akku. Ein Wagen, ich muss mich drauf lassen. Ja, da kann ich. Anranden. Er kommt. Im Gegenverkehr. Und ist durchgeballert. Ja, ist durch die Dings und... Waffe weg! Waffe weg! Waffe weg! Papa, sie sind los, sie sind los. Sie sind los, sie sind los. Jetzt! Waffe runter! Waffe weg! Die Schnauze! Waffe taking szemmel. Hö? Die Sch**se hier! Warum lachen sie denn so? Die Sch**se. Die Sch**s sagen erklimmisch. Ich sidz recht drauf. Ich hab noch das Gefühl, wir wollen die Gehörtern. Ich bin nur ein paar Mal west. Ihr werdet sagt, Cali. Ich bin nur ein langer Tag. Ich bin nur ein langer Tag. Ich muss also anderen Tag ergeben, aber ich bin mir nicht für ein langer Tag. Ich bin nur ein langer Tag, weil wir führend uns deswegen sind. Wir mischen diese Kanäle auf der Westseite, den Erweiterungskanal, auf der Westseite Richtung Flügelunterweg und Flügel ist heiß auf. Wir sind mittlerweile für den Junkiepark, auf der Westflügel fährt auch drauf. Wir haben ein paar Schritte, die wir haben vorhin vom Junkiepark, die wir haben in der Westseite. Wir sind in der Westseite, die wir in der Westseite sind. Wir sind in der Westseite, die wir in der Westseite sind. Wir sind in der Westseite. So, jetzt bleibt man sehen. Wir sind in der Westseite. Der weiß warum. RSI. KOK. Genau jetzt, wenn wir mal gucken. Ronja? Gentschen. So ist die Bandram vorbei. Jetzt in diese Richtung. Denn es ist an einem... Komm, haben wir jetzt heute weiter. So, ich bin ja gar nicht. So, ich bin ja gar nicht. So, ich bin ja gar nicht. Weiter, weiter. Wie gesagt, auf der Rootstick der in Richtung Dinge mit der Tankstelle, wie wir ihn waren mit der Leitstelle.